Abgesehen davon, dass ich jetzt ein Schild hab. So, und jetzt geht's wieder zurück. Ähm, Supertrain, das ist gut. Nein, wähl sie aus. Soll ich eher vorgehen, weil der irgendwie... Ja ne, der läuft ja mir hinterher. Nicht nur hinterher, der läuft ja... Oh Gott. Vorne dran auch noch. Dum 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 dum. Der Hammer eigentlich. Ups. Junge, jetzt... Du hast auch noch mal nen Feuermodus. Du musst keine Granaten hier rein. Du musst hier aber keine Granaten reinballern. Jetzt geht's hier. Ach so, ich hatte keine Munition mehr, deswegen hat er automatisch gemacht. Okay, hier bin ich falsch. Ähm, Jonathan ist auch so ein bisschen verwirrt und start die Wand an. Was machst du? Ich weiss es nicht, aber sieht aus, als ob er irgendwas tun würde. Nicht mit mir, mein Freund. Was tut ihr da? Guck, wieder hinter. Hat er den nicht aufgemacht? Ich weiss es nicht, aber ich habe jetzt so ein Gefühl, wie komme ich nicht mehr raus. Ach doch, hier ist die Tür. Äh, ich glaube er macht irgendwas. Jo. Alright. Läuft der jetzt vor, oder was? Du bist Kind. Nein, das war ich glaube. Hoffe ich. Ach du kacke. Ist das ein Gegner oder er? Hallo? Ich schätze mal, das ist er. Sicher? Ja. Ja, hm. Ja, man kann sich doch mal... ...irren. Nein, verboten. Wir sind Top Agenten. Mit wunderschönen Haaren und... Äh, by the way, ich habe den Hangar gefunden. Das ist... ...der Jonathan. Ja. Das hier. Ne, das bist du. Ja, jetzt fehlt ja eigentlich nur das Alien, oder? Joa. Hast du gerade geschossen? Nö. Hier, warum müssen wir jetzt lang? Äh... Johnny. Sollten wir mal versuchen, irgendwie nach unten zu kommen. Abgesehen davon, dass hier unten wer rumballert. Wie nicht mehr ganz klein. Ja, ich bin unten, verdammt. Nein. Du bist unten. Runtergefallen. Ja. Übrigens, was ich vorhin auch so gelesen habe, eine Neuerung des Spiels ist, dass man runterfallen kann. Nee. Doch, dafür braucht man nämlich extra mehr Ram... Krass. Jonathan, Idiot. Mein Gott. Komm mal, hier ist so ein cooles Rovercar. Ja, das ist natürlich doof, ne? Ach, guck mal, da ist der Alien. Ach, schön. Wenn wir also jetzt eigentlich da gewesen. Aber ich bin auch tot. Ja. Ja, wenn du mal wieder nicht drauf gegangen wärst. Hä? Ja, ne Neustart. Ach, ach, ja. Das ist ja einfach nicht mehr schön. Ach, ich würde ja gerne mal wieder so eine Mission spielen, wie... äh, die zweite Chicago Mission. Einfach rein, raus und... Oh, hat geklappt. Ne, ohne überhaupt Plan zu haben. Oh, nimm mal den Alien mit. Ich bin ja nicht vorbeigelaufen. Äh... Man kann doch mal sehen. Ja, der steht da vorne noch. Oh. Ich geh schon mal, äh, Jonathan holen. Bring du den Alien runter. Mhm. Ich geh dann schon mal den Rest klären. Dann kannst du ja nachkommen. Und dann holen wir uns... Eskortieren wir Jonathan gemeinsam. Wir wissen dann ja auch ungefähr, wo's lang geht. Hier geht viel zu leicht drauf, der Kerl. Ja, das ist voll die Pussy, ey. Ich dachte, das wär... Hieß es nicht? Äh, diese Tür ist verschlossen. Flieeeeg! Nein. War das fies. Hier, beeil dich mal, weil, äh, meine Tür ist noch verschlossen. Wär ganz nett, wenn du das mal änderst. Ja, einfach durch die Tür gehen. Ne, er war kurz weg. Ich hab ihm morgen Augen verloren. Äh... Ist die Tür offen? Ach so. Ja, klar. Jetzt geh ihn aus dem... Du bist in der Reise. Okay. Affirmative. Bevor er noch mehr in den Trollen kommt. Ah! Das Schmerzenschrei... Ah! Ah! Ich hasse dieses Spiel, ernsthaft. Äh... Je länger wir spielen, desto... ...mehr hasse ich es. Also wirklich, das ist... Die Antipathie, die ich inzwischen für dieses Spiel empfinde, ist... ...nicht mehr zu beschreiben. Ja, ja, bla bla, halt die Klappe. Okay, und auf den Rückweg. Ja genau, tüttel die mal alle, weil... Ich hab nur meine Felken. Warum hast du nur eine Felken? Weil du alles bisher aus dem Weg gegangen bist. Ups. Ich bin ja schon da. Toll. Das stimmt gerade der Letzte, wenn ich reinkomme. Moment, eigentlich müsste die Tür fast offen sein, mal ganz ehrlich. Ich kann doch eben erst hier rein. Komm mit mir, Joe. Hallo. Ja, interessant mal rauszufinden, was passiert, wenn du in der Tür stehen bleibst. Natürlich ist die abgeschlossen, weil der Typ hinter mir natürlich... ... mir die ganze Zeit lang... Ja, es wär jetzt mal... Buh. Was hast du da? Moment. Da kommt noch was. Ich hab mal Wache. Oh! Der ist mit der Tür. Fuck, ich muss niesen. Nein, du nimmst nicht. Kämpfe. Das steigt einem echt zum Kopf. Okay, steig zurück. Ja, ja. Wer ist denn hier der Herr enttäuscht? Oh! Was ein dummer Gegner. Okay, ich geh... Nein, du gehst vor. Ich geh vor. Mhm. Und nehme äh... Super Dragon. Boah. Übrigens kommen hier trotzdem Feinde von hinten hin. Ach so. Das könnte was von eben erklären zumindest. Ja. Ach, scheiße. Wie bringen wir denn jetzt Jonathan da halbwegs sicher nach unten? Wo ging's denn nochmal runter? Hier ganz am Anfang geht's runter. Ach so. Vielleicht geh mal hier entlang. Vielleicht zieh ich doch noch Gegner. Sondern ist jetzt er weg. Wo seid ihr jetzt die Sau? Nein. Wo bist du? Da bist du. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Komm. Oh, hör auf zu schießen. Hör auf zu schießen. Auf wen auch immer die da gerade schießt. Moment. Wer sind das? Wer sind das? Wer sind das? Hoffentlich geht's. Ja. Oh, das war sauknapp. Weißt du das? Hm? Der Jonathan stand da gerade auf der Plattform runter und ist übelst angeschossen worden. Warum? Geht jetzt schon wieder... Ich kapier nicht. So, ich hab den... K10. Auch gut. Der Alien ist wach. Er ist in Wach. Ich bin in Wach. Ich dachte, ich werde jetzt wie die anderen werden. Du bist aus dem Institut, nicht wahr? Ich erkenne dich von vorher. Du hast mir geholfen. Danke. Du... Du sprichst unsere Sprache. Gute Gott. Warte, sie ist scharf. Was hat er gesagt? Achso. Ich habe eine Hände. Und mit einer Hände zu sprechen, das ist kein Schuss. Haha, was ein geiler Witz. Oh, der sieht echt übel aus. Ich denke so. Was ist dein Name? Ein Agent Dark. Oder Joanna, wenn du es möchtest. Well, Joanna. Ich bin Protector 1. Aber du kannst mich Elvis nennen. Ha, Elvis. Elvis, ist klar. Äh... Flüchten sie aus der Area 51. Ja, ich würde sagen... Äh... Wir versuchen uns einfach mal bis zum Raumschiff durchzuschießen, oder? Irgendwann mit Elvis, äh... Elvis. Kaum Elvis. Also hier ist das Raumschiff. Okay, versuchen wir es. Ähm... Wo bist du? Beim Raumschiff. Ach, Elvis läuft schon richtig. Wenn das alles war, wär's doch nett. Ne? Kaum Elvis. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, das war nicht alles. Trau dir nicht. Ist doch deinem Scorpen einfach hingehen. So. Wie kommen wir jetzt in... Oh nein, wir haben Probleme. Es ist ein Einzelseiter. Lassen wir einen. Die zwei können rein. Aber keine mehr. Es ist der einzige Weg aus hier. Plus es hat keinen Stil. Weißt du, was ich sage? Du bist der einzige, der aus dem Flugzeug fliegen kann. Also komm in! Einer von uns wird zu hinterlassen und die Tür öffnen. Ja, ich würde sagen, Jonathan... Wir sind zwar zu viert, aber ne? Es muss ein Weg aus hier sein. Ich werde raus von der Hoverbike. Jetzt schau mir, während ich die Tür öffne. Äh... Ich lauf dem Jonathan mal nach. Äh... What? Verdammt! Verdammt! Neun! Schön, dass du dich jetzt umgebracht hast. Inneres Hanga-Tor wurde geöffnet. Das war ich. Mit Sicherheit. Ach ja, guck mal, wo ich starte. Ach, wie nett. So, das Hanga-Tor ist jetzt offen. Also eigentlich könnte man jetzt, ne? Ich meine nur... Hallo! Ja, danke. Arschkeks! Danke. Und... Fliegen wir unter der Tasse. So cheesy. Ja... Äh... Whatever. Ich bin grad verwirrt, aber... Haben's ja anscheinend geschafft. Ne? Also... Gar nicht mal so schlecht scheint mir. Ja... Das geht echt schnell. Fünf Minuten, sieben und vier zu. Ja, dafür, dass es der... Dritte Anlauf war? Zweite? Zweite? Dritte? Dritte? Dritte glaube ich, ja. Wir steigern uns wieder. Wir steigern uns wieder, ja? Also... Gut. Und ab ins nächste Level. Ja... Verф goose doch doch... Wirkliche! Vielen Dank.